Ich sitze hier gerade vor meinem eigenen Depot, vor Portfolio Performance und habe mir gerade mein Depot angeschaut und habe mir gerade mal überlegt, ist das eigentlich mein Optimal-Depot? Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt neu starten müsste und jetzt 10.000 Euro oder sagen wir auch 100.000 Euro ist ja eigentlich, sagen wir mal 10.000 Euro, neu investieren würde und ich hätte vorher noch nichts investiert. Wie würde ich eigentlich starten? Was würde ich eigentlich machen? Was ist eigentlich so ein defensives Portfolio? Was ist so ein offensives Portfolio? Und was wäre eigentlich rational die beste Variante für mich? Ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht und habe mir mal vier verschiedene Portfolios ausgedacht, die eigentlich alle in irgendeiner Form Sinn machen würden, aber halt immer so ein bisschen abgestimmt auf das jeweilige Risikoprofil sind. Deswegen ist vielleicht für jeden was dabei. Ich würde sagen, wir gucken uns die vier Portfolios einfach mal an und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, in welchem Portfolio ihr euch am ehesten wiederfinden würdet und ob ihr vielleicht die Herangehensweise, was ausgewogen ist, was offensiv und was defensiv ist, für euch selbst anders beantworten würdet. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann legen wir direkt mal los. So und jetzt fangen wir direkt mal mit dem an, was eigentlich rational gesehen für 80, 90, 95 Prozent von uns, auch vielleicht für mich, die rational wahrscheinlich beste Entscheidung wäre, einfach einen Welt-ETF zu nehmen. Zum Beispiel jetzt ein Fuzi All World oder ein All Country World, das wäre hier das passive ETF-Portfolio. Eigentlich wäre es eine super Herangehensweise, vor allen Dingen für diejenigen, die sich einfach nicht viel mit der Börse beschäftigen wollen, zum Beispiel den Vanguard Fuzi All World ins Depot zu packen, sich einmal mit der Börse zu beschäftigen, einmal Zeit zu investieren. Dann, sag ich mal jetzt ein Wochenende, zwei, drei Stunden informieren, wo man das Depot eröffnen könnte, Depot eröffnen, zwei, drei Stunden informieren, was es für ETFs gibt, YouTube, Google, Instagram und so weiter und dann einen ETF-Sparplan erstellen, vollautomatisch laufen lassen und dann nichts machen. Einfach nur nicht dran denken und die Zeit, die man vielleicht in Research stecken würde, die man in News konsumieren stecken würde, die einfach nutzt, zum Beispiel um sein Einkommen zu erhöhen, dann wäre es eigentlich wahrscheinlich die beste Variante, einfach, wie gesagt, sich auf dieses passive ETF-Portfolio zu konzentrieren und das so durchzuziehen und dann einfach zu schauen, was da in 20, in 30, in 40 Jahren so rauskommt. Wahrscheinlich etwas sehr Gutes, aber alle wissen ja, dass das Ganze natürlich auch Spaß macht, dass man auch einfach, dass auch einfach der Versuch einer Outperformance Spaß macht, dass man sich auch einfach mit seinem Portfolio so ein bisschen identifizieren möchte. Zumindest geht mir das so, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem ETF oder einer Aktie sehr viel beschäftigt habe, dann kann ich es irgendwie für mich ein bisschen besser vertreten, ich habe da eine andere Bindung zu, ohne jetzt emotional zu sagen, boah, die muss ich immer halten in guten und schlechten Zeiten, sondern einfach allgemein ein positives Grundgefühl zum Depot. Also das ist jetzt so ein bisschen auf emotionaler Ebene. Für die ist vielleicht so ein defensives Portfolio nicht schlecht. Auch immer noch 50% ETFs. Ich habe jetzt mal Fuzzi All World oder All Country World geschrieben, wäre auch wieder rational gesehen am besten, aber hier kann natürlich auch alles andere drin sein. Bei mir zum Beispiel mein ETF Portfolio ist auch jetzt mittlerweile schon etwas größer, besteht aus 5 ETFs, zum Beispiel einem Momentum Faktor, einem Dividenden ETF und so weiter. Das kann ja jeder so frei bestimmen, wie er möchte. Aber hier sind auch 50% Aktien drin, aber hier Value Aktien 40%, also richtig langweilige Aktien, Berkshire Hathaway, Unilever, Rockland Gamble, Coca-Cola, so diese Sachen, die wirklich ein bisschen ruhiger laufen, wo man sich in Anführungsstrichen weniger Sorgen machen muss. Aber auch schon ein gewisser Growth Anteil drin, einfach um das Ganze ein bisschen abzugreifen. Das wäre so der defensive Ansatz. Dann haben wir den ausgeglichenen Ansatz. Da sehe ich mich aktuell so ein bisschen in dem Bereich, ihr wisst ja, mein Portfolio besteht im Moment glaube ich so ungefähr zu, wir können ja mal gucken, mein Portfolio 31% ETFs, also 50% Aktien ungefähr und 10% Krypto. Also in dem Bereich bin ich ungefähr, ungefähr. Ja, also wie gesagt, alles nur ungefähr. Hier habe ich auch wieder 50% ETFs. Vielleicht kann man hier schon mal so ein bisschen offensiver auch gehen. Stichwort Nasdaq 100, Stichwort S&P 500. In dem Sinne auch nicht sehr offensiv, ist mir klar, aber eben offensiver als ein weltweiter Ansatz. Einfach weil es zum Beispiel S&P 500 und Nasdaq ist ja volle Granate, USA. Einfach hier so ein bisschen dann ein bisschen mehr Risiko, aber auch dafür natürlich auch ein bisschen mehr Renditechance einfach. Und in Aktien vielleicht zum Beispiel 40% Aktien, 20% Value, 20% Growth, also so eine Adobe oder eine Tesla schon mit drin. Und natürlich auch schon 10% Krypto. Krypto für mich in einem ausgeglichenen Portfolio absolut okay. Für mich ist Krypto, also in meinem Kopf, das ist ja das, was ich eben sagte, dass jeder halt für sich selbst bewerten muss, was defensiv, was ausgeglichen und was offensiv ist. Für mich ist Krypto ausgeglichen, zumindest Bitcoin Ethereum ist bei mir absolut im ausgeglichenen Portfolio. Also fühle ich mich sehr wohl mit, muss ich sagen. Für mich sind Altcoins offensiv, so als Gedanke. Also langfristig gesehen glaube ich schon an Bitcoin Ethereum. Deswegen habe ich hier in dem Portfolio mal 10% Krypto mit drin, wobei so 80, 90% davon Bitcoin wären. Dann das offensive Portfolio. Da befinde ich mich auch schon nicht drin. Das ist auch zu meinen Verhältnissen vielleicht ein Ticken zu offensiv, weil ich ja auch als Familienvater eher so ein bisschen nach oben rutsche aktuell in dieser Skala. Das ist vielleicht das, wo ich mich noch vor einem Jahr ungefähr gesehen hätte. Hier haben wir 25% ETFs, finde ich einfach immer wichtig als kleine Grundbasis, die einen selbst so ein bisschen vor krassen Fehlentscheidungen schützt, die einfach so gut läuft. Also ich sage mal, wenn man jetzt ein Nasdaq 100 oder ein S&P 500 drin hat als ETF, auf lange Sicht, läuft das glaube ich schon. Also für mich persönlich mache ich mir da keine großen Gedanken. Ist für mich dann auch so wieder eine Sicherheitsstütze, auch wenn es vielleicht für die anderen mega krass offensiv wäre. Für mich ist es eher so ein Sicherheitsanker. Und dann aber auch mal 55% Aktien, der Versuch, der Outperformance, 40% Growth Aktien. Also hier auch so ein bisschen mal was Offensiveres, also Airbnb, Uber, BYD ist mir jetzt da so auf Anhieb angefallen, so zum Beispiel. Aber auch natürlich Krypto, 20% Krypto habe ich mir mal angesetzt. Bitcoin und Ethereum davon so ungefähr 15%, aber auch mal 5% Altcoins, die man vielleicht da mal so streuen könnte. Das wäre so mein Portfolio. Ich habe auch schon bei Instagram gelesen, manche von euch haben auch einfach mal nur Kryptos. Oder haben 85% Bitcoin und 15% Altcoins. Das ist das, was ich meinte. Jeder hat ein anderes Risikoprofil. Und deswegen kann man das eigentlich auch nicht so allgemein und überstülpen für alle sagen. Jeder muss das für sich selbst bewerten. So ist aktuell zumindest meine persönliche Einschätzung, was für mich defensiv und was offensiv bedeutet. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr von dieser Aufteilung haltet, was ihr dazu sagt und wie auch eure Aufteilung ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.